Hört ihr die Vögel hier? Schönste Straße, wo jedem tut. In Berlin. Und zwar die Regensburger Straße. Naja, ist schon ein bisschen gerupft jetzt hier gerade. Die Vögel hängen hier wirklich an den Häuserwänden. Das ist so schön hier. Danke, lieber Gott, dass ich hier wohnen darf. Ja, dass ich so viel Glück habe. Und ich kenne auch ganz andere Dinge. Man könnte davon ausgehen. Genau, jetzt kommt der. Er überholt mich jetzt mit 3K. Aber ich finde es einfach so schön, dass sie so relaxed hier sind. Ja, liebe Grüße aus Berlin. Und das ist hier mein, ja, das ist der Viktoria-Luise-Platz. Wir haben hier noch richtig schöne, echte Laternen. Und im Front auch, wer hat dort gewohnt? Die bekannteste Atemtherapeutin in Berlin. Und zwar die Ilse Middendorf am Viktoria-Luise-Platz 9. Und das ist für mich sowieso auch die schönste Apotheke hier. Am Vicky. Bin ich auch Kunde. Für meine Hüftprothese. Nein, habe ich noch nicht. Alles gut. Aber ab und zu brauche ich da auch mal was. Ja. 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 Ja.